Hallo Leute, heute gibt es ja wieder ein Kochvideo von mir und zwar machen wir Nudeln mit roter Linsen-Möhrensoße. Also mal wieder was ein bisschen, ich sag mal, halbwegs gesundes. Also die Nudeln sind natürlich eher so, ich sag mal, der Wohlfühlfaktor, weil ich esse einfach super gerne Pasta. Ihr könnt da weiße oder eben Vollkornpasta nehmen, aber die Linsensoße ist ja dann die gesunde Komponente, weil rote Linsen sehr reich an verschiedenen Nährstoffen sind und Vitaminen. Und ich werde euch da was in die Infobox packen, wenn es euch das interessiert. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ich liebe dieses Rezept, das ist super lecker. Und los geht's! An Zutaten benötigt ihr erstmal rote Linsen. Die sind von DM Alnatura und die kann ich empfehlen, die sind recht günstig und ganz gut. Dann drei große Karotten, zwei Zwiebeln, dann Gemüsebrühe. Da benutze ich jetzt diese Bouillon Pur von Knorr. Ihr könnt aber auch einfach so einen Pulver nehmen oder so Brühwürfel. Dann Currypulver, Kreuzkümmel. Kreuzkümmel ist optional, den würde ich euch aber eigentlich sehr empfehlen, weil das Ganze dadurch viel besser schmeckt. Aber wenn ihr nicht zu Hause habt, könnt ihr es auch ohne machen. Dann Pfeffer, Salz, Tomatenmark und ja, eure Art der gewillten Nudeln. Wir beginnen jetzt damit erstmal die Karotten und Zwiebeln zu schälen. Als nächstes schneide ich jetzt die Karotten in Scheiben und die Zwiebeln in Würfel. Ihr gebt jetzt ca. 40 Milliliter Öl in einen Topf und wenn das Ganze dann heiß ist, kommen die Zwiebeln dazu. Und darüber kommen jetzt 1,5 Teelöffel Currypulver. Jetzt noch die Karotten hinzu. Jetzt geht mir 700 Milliliter Wasser hinzu. Bei mir ein Brühwürfel oder bei mir dieses Bouillon pur oder halt, wie schon gesagt, so ein Pulver. Und Tomatenmark im Rezept steht 30 Milliliter, aber wir machen da einfach mal so ein bisschen was rein. Dann noch ca. einen halben Teelöffel Pfeffer und ein Dreiviertel Teelöffel Salz. Das Ganze solltet ihr jetzt zum Kochen bringen und ungefähr 8 Minuten dann weiter auf der Herdplatte lassen und kochen. Dann gebt ihr 200 Gramm rote Linsen hinzu und lasst das Ganze jetzt noch ungefähr 17-18 Minuten köcheln. In der Zeit könnt ihr jetzt auch schon mal die Nudeln machen, weil Nudeln brauchen ja ungefähr so, ich sag mal, bis das Wasser kocht. 5-6 Minuten, das wird ja ein bisschen länger und dann nochmal 10 Minuten Nudelkochzeit. Also das wäre jetzt der Moment, um mit den Nudeln anzufangen. Ich gebe jetzt noch den Kreuzkümmel hinzu, das ist ein halber Teelöffel. Habe ich vorhin einfach vergessen, aber ist nicht schlimm, weil die Linsen das jetzt eh jetzt noch eine Weile kochen. Und da könnt ihr es auch einfach jetzt noch hinzugeben. Wichtig ist, dass ihr das Ganze in regelmäßigen Umständen umrührt oder am besten eigentlich die ganze Zeit daneben steht, so ein bisschen. Und das Ganze rührt, damit die Linsen nicht am Boden festkleben. Das Wasser verdampft hier nämlich und ihr habt dann am Ende ja eher so eine eingedickte Soße. Und wenn ihr das einfach nur auf dem Herd stehen lasst, könnt ihr das eben anbrennen. So sollte die Konsistenz dann nach dem Kochen aussehen. Wenn eure Linsen nicht weich sind nach 18 Minuten, dann lasst ihr einfach noch ein bisschen länger drin und schaut, bis es eben so eine, ich sag mal, leicht schleimige Konsistenz bekommt. Ich mache es jetzt so, dass ich nur ein paar Nudeln nehme. Also das Ganze eher so als Linsengemüse mit ein paar Nudeln esse und nicht als Pasta mit ein bisschen Soße. So und dann eben die Linsen drüber. Die angegebene Menge reicht auch für ungefähr, wenn ihr es als normale Soße esst, würde ich sagen, für drei bis vier Personen. Ich mache aber immer die ganze Menge, weil ich mir das dann in den Kühlschrank packe und das Ganze dann einfach morgen noch esse oder heute Abend. Und zum Beispiel nur als Linsen und ja, fertig ist mein Gericht. Also ich würde mich natürlich wie immer über Kommentare und Bewertungen freuen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es mal nachkochen wollt oder wenn ihr es dann mal gekocht habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben, wie es euch geschmeckt hat oder mir auf Twitter oder so Bilder schicken. Also ja, ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!